bist du noch da der ist in mir gespawnt in dir drin ja ich fand es jetzt nicht so schön ich habe 04 war so wie ich da liege was hat mir temperatur ich habe noch nicht geguckt ich wollte dahinter warst du schon umgefallen leider weiterhin gehen können der hand ist ja dann eine gewisse zeit nicht so also ich streiche geister buch raus wieder einfach alle pillen wegfrist ja was was bringt ihr wenn einer viel hat oder zwei gar nichts haben ist ja auch blöd ich gehe dann gleich sofort da rein du hast ja keine prozente gerade also ich gehe von einem onrio aus der ist auch kurz vorm hand gerade schon wieder ich bin also nee das macht ihr sowieso nicht ihr könntet das testen mit kerzen muss ja eine ausblasen oder nein ich glaube hier vier stück und wenn er dann jagt dann ist es ein onrio aber ich würde es an eurer stelle nicht tun einer wird drauf gehen also gefrierte temperatur hattest du jetzt nicht gesehen gehabt ich war ja ganz dran ich meine jetzt auch zicke gerade ich habe ich geguckt hier ach so ihr seht mich ja gar nicht hand nummer zwei gehabt ja aber ja hier auf dem tisch teste das hier auf dem tisch liegt da ihr müsst das hier machen ich habe hier neun prozent ich habe hier neun grad 5 10 neun wenn dann hier im esszimmer achtung erhantet versteckt euch der hat mich schlafzimmer sechs grad das ist halt nix fingerdrücke ja an der tür zum garage sehr schön zicke holt sich einfach alle beweise ran braucht noch ein foto bereit für ein foto davon wir haben schon voll geister ob box und ultra ist ein mimik ja es ist ein mimik also einmal raus alle die noch leben und abfahrt also einer mit neun prozent das erklärt natürlich einiges warum der gehandelt hat dann so viele events also siebte nur noch zicke ja wir haben noch ultra ist doch gar nicht ja eigentlich doch 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 pass auf deswegen habe ich gesagt den ort im hinterkopf behalten bei einem menschen wir jetzt wir haben ultraviolett ein ort und geister box das heißt es geht auf die gefriertemperatur zu der grund hat aber immer ein bisschen der ort der mimik hat immer ein ort bei sich so haben wir jetzt gefriertemperatur in stadt ultra ultra ultraviolett gefriertemperatur geister box ja also es sind oft es ist der mimik ok weil beim beweise ja bei vier beweisen versucht bei vier beweisen versucht er quasi immer eine gestalt von anderen geist oder von anderen geistertypen anzunehmen aber er lässt quasi einen vierten da was ihn dann quasi entlarvt jetzt ist es ein ja dann habt ihr das emf nicht angehabt wahrscheinlich die ganze zeit bin aber mal kurz raus weil ich weiß erstmal einkaufen und damit später wieder da bin ich auch schon alles klar peter bist du noch da peter du bist da da kann man gleich starten hier direkt runde nächstes runde neues glück wenn noch jemand mitmachen möchte kann er gerne mitmachen aber bescheid geben neue runde neues glück das erklärt warum das emf die ganze zeit ausgeschaltet auf dem tisch lag ich bin jetzt einfach nonstop weg für jede regelkonforme verwendung von bits in dieser ich bin bereit wenn du bereit bist wenn wir bereit sind ich glaube der peter bereitet sich momental vor ich hab schon du musst jetzt noch mal auf bereit drücken ist nicht schlimm abzüge eine b note so ich glaube ich muss noch bei mir noch beleuchtung an machen dann man sieht mich gar nicht ich sehe das doch nicht und wenn du jetzt kein empfang hast da riecht du schon wenn du kein zeichen oder so kriegst oder kein ausschlag dann darf es angeschaltet irgendwo liegen in dem geisterraum ok hallo und willkommen bei grace encounters warum steht bei mir eigentlich noch spielt als er ist das bautsichtig an der fasmophobe hat sich jetzt geändert also mir ist das glaube ich nicht so was denn wurden wir schon aufheben wurden wir schon besucht ich habe orts im jungsraum wie heißt du wieder du kannst ruhig bist sein name wie heißt so what's your name hello how are you how are you wie heißt du wie ist sein name mag nicht antworten direkt bei mir so was sind denn eigentlich unseren nebenaufgaben ich gucke parametre und räucher wären und im bereich selber okay dann mache ich einmal das parabol dann nehme ich das noch mit und und falls das objekt noch finden ok reingelatscht wurde auch wir haben jetzt schon alles oder was ich muss das kurz aufnehmen für uns jungs 150 dezibel hat einer laute fußabdrücke und salz nummer drei bist du hier wie heißt du bist du wütend bist du sauer sollen wir gehen bin ich zu schnell ja kannst du nicht antworten ok bist du zu langsam zum antworten ich wollte jetzt gerade nur das parabol mikrofon noch mal anspringt das machte das radio an machte das an ich weiß nicht ob das zählt hatte der dots gemacht ich habe eben welche gesehen ok also die sind schon mal eingegeben ich bin mir aber nicht sicher müssen halt nochmal kontrollieren gleich ne also der ist gerade durch mich durchgelaufen ah ok dots und orb schau mal und buch also eigentlich ein taillier dann kann es ja nun taillier sein eigentlich oder erstmal ich muss das blöde objekt noch finden moment ich komme mal kurz ob die jetzt eine quatsch hat das geht noch also wir haben dort wir haben orbs und wir haben buch ach orbs haben wir wie habe ich habe doch den raum gefunden jetzt sofort als ich reingegangen bin habe doch sofort gesagt ich habe den gefunden mit orbs sie ist halt schlecht ist bei dem aber ich habe immer noch nichts aufgenommen im parabol ich muss noch mal rein kein brett kein zirkel gedöhnt keine ahnung spieluhr war nirgendwo ne ich gucke mal nach ob die spieluhr da ist ne so parabol mikrofon ist ne weil es die tarot karten sind ok brauchen wir denn noch was das habe ich gehört so ein geister foto hätte ich noch gerne ah ist eh schon vorbei wieso also zwei sterne fotos so dann räuchere ich den mal eben kurz noch mal aus bitte drei sterne 3 3 3 was tut er denn so das müsste der taille jetzt weiß ich was der taille macht was denn der wird nach einer zeit immer älter nach jedem hand wird er älter das heißt er wird langsamer ok also müssen wir jetzt drei stunden warten und dann können wir ganz von aller ruhe in hand machen nein dann ist er drei million jahre alt was haben wir denn da räucherwerke habe ich in der hand ja das andere habe ich jetzt gerade eben gemacht problem ist ich mag keinen taille echt nicht da hat doch gerade jemand durchs fenster geguckt habe ich doch genau gesehen da war der peter angucken da war der peter angucken da war schon wieder ich sehe dich gerne ich bin die kamera so jetzt heißt das machen wir jetzt deswegen kann man fahren oder einer räuchern aber da habe ich euch gesagt ich habe da nerven zu nerven auf stahl so gehen da jetzt mal rein und mach mal ein bisschen räucherchen so wartet einen moment so so also so soll ich es beschleunigen oder soll ich es lassen was hast du denn tarotkarten ja wenn du den beschwören kannst die lamp ist kaputt oder ist die sicherung raus wer will ach ich habe was gehört hm ich auch das war ein event oder ist das eine hand ne die tür soll nur offen ok dann ziehe ich weiter wo stehst du nein bitte ich will nicht sterben auch habe ich glück z herman da spielt einer mit seiner rente ja normalerweise damit ist ganz groß dass man stirbt ja jetzt lief auf dem boden rum das waren event geht weiter die priesterkarte hast du noch gebraucht nein achtung so schnell noch jung da ist einer tot ja ich habe ich geräuchert ich würde sofort wiedergelebt ja wegen der karte ich sehe aber nichts ich will nur raus gerade ich bin da ich habe doch die priesterkarte gezogen ja ich dachte dass wir das schützt vor tod also das holt einen zurück aber schützt vor tod beim nächsten guck mal ich hatte und abfahrt wie du kann jetzt seine sexy stimme hören ja ich habe noch gar nichts gegessen für mich auch richtig außer brownie 1200 erfahrungspunkte ich bin mal gespannt welches level gleich peter kriegt mal gucken ich sag level 5 vielleicht ja richtig geräuchert aber ja eben genauso mit zicke auch da sieht man es ja auch ich bin bereit das heißt wir fangen ja wie spät fangen wir mit asmr 20 30 na aber noch ein bisschen zeit das ist ja sonst starten wir glaube ich 21 30 regie war doch richtig ne ich kann nicht irgendwo 22 uhr stand 22 uhr dann wird 21 uhr ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher dafür habe ich 22 uhr dann starten um 21 uhr oder ist der ist ein transit nein peter hat einfach nur weiblichen charakter aussehen sehen wir gleich aus ne die eine person ist rothaarig eher amerikanisch die andere ist braunhaarig er in richtung asiatisch komme nicht zu nahe ich habe da was im gesicht meine hand gleich ja wir müssen noch drehen was müssen wir drehen irgendwo hat sich eine tür das rad irgendwo hat sich eine türe ja das kommt ach so ja 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 können wir gleich machen scheiß auf geisterjagd jagd die rothaarige das wäre irgendwie smart der sinn des spiels ist ein geist herauszufinden und nicht wer die hexe ist kann das sein dass man das nicht benutzen wenn es geht ja temperatur messen wenn ich schlecht man kann einfach mit der kamera direkt in den in die garage gucken ich mache erstmal licht an bis jetzt haben wir keine genauen hinweise deswegen ich hole einfach noch mal ein paar neue sachen bewegungssensor ja ok hier schmeißt irgendeiner was ist das so völlig peter nein der ist neben mir der verfolgt mich ich tue mf gucken aber hier war eine türe handy im boys room ja ist das hier ich glaube das handy ist im boys room ja 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 oh ja MF level 4 könnte fünf werden bist du hier wie heißt du wie alt bist du hör auf mit dem handy zu spielen sollen wir gehen der möchte nicht mit mir sprechen er mag mich nicht wie ist der name how old are you give me a sign give me a sign what's your name how old are you are you french ist der name wir haben fingerabdrücke okay kurz die kamera weg das licht weg danke das heißt einmal salz ich bring mit nach der verbrennung super schon mal ausgelöst solz hätte ich dich nach der verbrennung mund zu mund beatmet super geil diese vorstellung wie hoch ist die sanity unsere 50 durchschnitt das ist ganz blöd 2,9 ja wir wissen dass du hier bist 1,38 es könnte die vier werden bin mir aber nicht sicher ich gehe erst mal raus weil ich habe ein bisschen angst ein bisschen schiss so puppe knochen fuß abdrücke getretenes salz im r5 haben wir doch schon weil ich doch jetzt und ultraviolett richtig also geister box kann raus ja weil da kommt nichts gescheites da ich wollte schon sagen was denn das für eine hand apropos hand also h-a-n-d meine ich nicht h-u-n-t das meine ich nicht feuerlich 1,2,3,4,5 ich denke es ist kein obake müssen noch ein feuer anzünden ja ich gehe holen ach hast schon hab ich schon schnell ein foto gemacht beim rausgehen eben kurz picture hab ich geister drei bitte 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 das klingt voll nach mir aber ich verstehe nicht ich habe versucht den geist zu fotografieren und ich bin mir nicht sicher wo das herkommt und hab ein einsterne salz foto gemacht wie geht das ja der guckt was was da ist sehr wahrscheinlich nicht irgendwo salz in der nähe und der hat das fotografiert guck mal das leichen foto was ist das denn hat da jemand um hilfe gebeten so jetzt wissen wir aber immer noch nicht was wir haben ne wir gucken mal nach dots um so n quatsch also wir haben emf und ultra richtig richtig das licht ist an oder nein du hast einfach die chemis beleuchtung mit den dots ein orb sehe ich aber so nicht kann es überhaupt ob sein ja dann wäre es ein obake aber ich würde obake ausschließen eventuell wegen den fünf fingern schön machst du es mit dem radio einfach die einfach 60er radio aber ab ins bett das ist so hart für dich ich brauche ja gar nicht hallo eber ich sehe nichts siehst du was also ich sehe schon mal keine dots man könnte nochmal checken ob da im buch gemalt wurde aber hören tue ich jetzt auch nichts davon überhaupt sehe ich auch nicht also diese mucke ich habe dort gesehen ja dann ist gorio da können wir abschließen oder du willst ein foto machen von dem kannst du nicht kannst du leider nicht hey was denn hast du das buch rausgeschmissen nein ich wollte dass wir da rein bringen vernünftig vernünftig hier ne so ok peter hast du dings go 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 davor aber ist ein buch an was guck an so ich gehe mal kurz auf den desktop wir wollen ja noch am rad drehen ja ich habe dich nicht vergessen ich hoffe die audio passt dann gleich noch so ich springe infotafel rat da ist es ist jetzt einmal drehen dran ja übrigens übrigens sport machen wir das jetzt oder machen wir das später wir machen jetzt einfach oder ein paar kniebeugen und so kann ich ja machen eine liegestütze ich schaffe eine dann wieder eine schnelle runde oder eine abstimmung mädchen liegestütze weil ich kann halt einfach keine ich muss mehr sport machen kniebeugen oder hier wie heißen die anderen noch wo man auf dem rücken liegt mit angewinkelten beinen und dann hier knie zu kopf zu knie und so wie heißt das noch mal sit up nee sit up heißen die na das andere sind liegestütze ja das haben wir ja festgestellt dann machst du einfach eine abstimmung und wir können noch mal eine runde starten und in der nächsten runde machen wir dann das abgestimmte das heißt ihr habt in aller ruhe zeit abzustimmen kein stress für 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 massel ist jürgen umrühren schon sport da haut er mir solche dinge um die ohren okay emf parabol und räuchern kniebeugen im keller schon wieder klimmzug vor solchen klimmzüge dran machen am computer oder man ich will den blöden spiegel haben rein theoretisch wir haben glaube ich wieder das püppchen kann es den knochen einsammeln wenn du willst hier der liegt direkt hier der kopf moment halt hier war ich einmal mit dem emf durch die ich glaube der ist wieder vorne ich habe gerade mf in mir gerade drin also genau hier ja da die kam von hier die kam hier wo ich stand der zeigt mir gerade überall alles an aber hier sehr wahrscheinlich flue holisch alter wer war das ich gucke ich gucke ich weiß wieder meine geräusche macht dem mannig hier ist überall warm da war es vielleicht nur das event das event der startet das event überall also da muss man nichts drum geben machen machte einfach ich höre diese sounds ja nicht ne weil sonst höre ich dich ja doppelt aber dein erschrecken reicht mir schon das ist doch gut ich höre hier ist ich glaube hier moment wo Guck mal nach Fingis. Irgendwo muss der Hund doch sein. In der Vase brauchen wir nichts. Ey, wir haben gar nichts. Das gibt eine Anzeige, Mann. Wer ist denn Urlaub geflogen? Kann doch nicht sein. Das ist interessant. Also hier läuft schon mal gar nichts durch. Hm. Wo? Wo bist du? Foto! Wo war der? Ja. Weiß ich nicht. Garage. Die Garage, die kann ich nochmal auf die Finger abdrücken, gucken. Ne. Das Problem ist, die Türen sind überall auf. Ah, ich glaub der ist hier drinnen. Hier ist der kälteste Raum. Hör. Hör an. Hör auf! Hm. Wie heißt du? Bist du hier? Zufällig? Bist du hier? Emma Schilin. Wie heißt du? Bist du Single? Hast du OnlyFans? Emma Schilin. Das testen wir jetzt, ob der da drinnen ist. Okay, was ist... Der macht mir zu viele Events, muss ich sagen. Für was? Ist das eigentlich ein Party gewesen? Ja, ja. Der ist hier drinnen. Der ist schon direkt durchs Salz gelaufen. Und dort haben wir... In dem Waschraum? Äh und. Ja. Im Waschraum. Hier auf jeden Fall nicht. Ehle. Also Gorgio können wir ausschließen. Hampelmann haben wir auch noch drinnen. Oh Gott. Ah, jetzt habe ich es verpasst. Ah, jetzt habe ich es verpasst. Hier, Fingerabdrücke. Zurückkommen. Wo? Die Türe. Direkt hier die Tür. Oh ne. Oh ne. Ich selber keine. Okay, dann haben wir keinen. Nein. Aber der singt schön. Mhm. Oder sie... Benji. Was haben wir? Ach so, Gespenst kann man auch rausnehmen. Vielleicht ist es ein Benji. Weil die singt sehr viel. Das könnte man mit Parabol gegenchecken. Eventuell. Was haben wir denn jetzt gerade aktuell für Herr Dinger? Ich weiß es gerade nicht. Hatten wir Dots? Mist, schon wieder nicht. Was? Schon wieder nicht. Foto. Ich habe jetzt schon zwei Fotos verbraten. Ja, du wolltest doch bestimmt Dots machen, oder nicht? Ja. Das heißt, den sieht man schon mal über Dots. Das wollte ich doch wissen jetzt gerade. Ja, deswegen sage ich ja. Goryo und Gespenst sind definitiv raus. Was ist denn mit Ultraviolett? Haben wir das? Haben wir nicht. Können wir auch streichen. Geisterbuch? Ist noch gar kein Star. Aha. Dann bringe ich mal eins da hin. Pampelmann hat gewonnen. So, bitteschön. Am besten nicht da hinlegen. Also gefriertemperatur wird es denke ich mal nicht. Ich krieg dich noch. Du hast ja noch drei Versuche. Reinige den Bereich mit Räucher weg. Das können wir auch noch machen. Das mache ich auch noch mal eben kurz. Dann mache ich kurz meine Hampelmänner. Hantet der gerade? Ist vorbei. Ich bin tot. Ach nö. Der schreibt ins Buch. So. So. Gmf ist raus. Also es kann nur noch Box, nur noch Box sein oder Orb. Ja. Das heißt ihr könnt. Habt Glück. Ihr könnt das von drinnen machen. Äh von draußen. Ops haben wir ja jetzt keine gesehen. Guck mal kurz links ein bisschen daneben. Ein bisschen rechts daneben. Also Ops sehe ich gar keine. Aber der hatte mich ganz schnell. Das heißt eigentlich könnte es kein deogen sein. Außer der spawnt mitten in deinem Gesicht. Ne. Ich bin ja durch die Küche gelaufen. Und da war der ja schon da. Ist ja vielleicht in der Küche und zwischendurch mal in der Abstandkammer da. Also ich gehe von einem Taillet aus. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Es müssten dann halt Orb sein. Also ich habe einfach Taillet eingeloggt. Peter, was meinst du denn? Äh. Taillet, Taillet, Taillet. Wie ist denn meine. Ach ne. Ja ok. Unser Sanity. Ja ne Sanity ist bei Null. Haha. Ich hab keine Ahnung. Also ich würde einfach. Ich trage Deogen ein. Es könnte ein Taillet sein. Es könnte vielleicht noch was ganz anderes sein. Womit wir nicht rechnen. Ich. Ich weiß es nicht. Ja die Geisterbox hat keiner ausprobiert glaube ich ne. Doch ich habe reingelabert. Aber bei mir wollte der nicht. Ja. Dann Abfahrt. Wollen wir noch den Bereich reinigen? Ja kannst du noch mal ausprobieren. Ich war da voll noch drinnen. Aber irgendwie wollte der nicht. Oder ich gehe rein weil ich höre Sanity hab. Nimm noch mal ne Pille oder so. Ich nehme noch mal die Pille danach. Das kann doch nicht sein ey. Der hat doch da reingeschrieben. Ich hab den direkt zu das Roll. Okay das kann sein dass er nicht darauf reagiert. Also wenn das jetzt nicht gereicht hat weiß ich auch nicht. Hat er. Hat er. Hat er. Ja ja. Okay. Ich. Äh. Ich. Pille hast du sofort eingetragen? Äh. Ich hab Taillet. Okay. Dann Abfahrt. Da kam mir grad beim laufen ein bisschen langsam vor mit seinem Event. Ich. 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 noch auf Taillet gemacht. Ich bin so blöd. Aber ist ja eh egal. Ich krieg ja eh keine Kohle. Aber du kriegst ja trotzdem ein bisschen Cash. So ist ja nicht. Wieviel kriegst du? So viel wie du. Ne. Wieso ne? Weil ich den Geistertyp richtig hab. Achso ja stimmt. Dann sinds 100 Dollar weniger. Egal. Wieviel hast du? 1000. 1628. Ich hab 200. Ja reicht. Hä? Ich mach mal kurz ein paar Hampelbänner. Ja. Äh. 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 Ich wollt grad sagen kann man das in groß machen? Was kann man in groß machen? Aha. Äh. 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 Ja, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und heute Abend gibt es noch mal die Präsentation. Ich schwöre es dir, ich weiß nicht, wo denn das her hat. Aber da hat er einen guten Lehrer gehabt. Rivilo, was für einen Mentor hattest du gehabt? Ei, ei, ei. You are ausblasen Sanity und Kutzi. Aber bei euch läuft das doch flüssig, was ich da jetzt aufnehme, oder? Ja, ich hoffe doch. Keine Puppe. Och ne, nicht diese blöde Pfote. Ich hasse sie. Die gute Affenpfote. Irgendwo schmeißt er was. Kann das Küche sein? Küche könnte sein. Ich habe Ausschlag 4 EMS. In der Küche? Ähm, Esszimmer. Esszimmer. Aber, Moment. Oh ja. Hier? Ja, es ist eher das Esszimmer. Hier so in der Mitte. Oh ja. Oh, das unterste war auf 5. Oh, ja. Nee? Jetzt ist es weg. Ja, ist egal. Wenn das erscheint einmal, ist das okay. Ja, auf 5, ja, 5, ja. Aber hier ist nur 10,8 Grad. Ja, das können wir machen. Das heißt, der Knochen muss hier irgendwo sein. Ähm, hast du im Keller einen Knochen gesehen, zufällig? Nee. Dotz. Ich schaue nochmal nach, vielleicht bin ich blind. Habt ihr mitgekriegt? Dotz, ja. Ja. Sehr schön, ich komme. Nee, im Keller gibt es keine Knochen. Nur Stiefel. Ich komme. Also, Peter, wenn du willst, kannst du mal gucken, ob die Spiritbox bei dir funzt. Ob die das möchte. Bei dir. Wie? Äh, hast du Push-to-Talk bei dir eingestellt? Hallo, hallo, hallo? Nee, auf V. Dann kannst du den anschalten und dann müssen, müssen unten die Balken rot durchleuchten, damit der sagt, ich habe verstanden, was du sagen willst. Ich bin mal ganz kurz was wegbringen. Ja, wo hast du die Dots gesehen? Im Van oder hier drinnen? Da, wo du jetzt stehst. Also hier, also vom Bus aus, da, wo du jetzt stehst, glaube ich. Nee, wo der Peter steht. Du hast die im Bus gesehen. Ja, er redet. Der ist doch einfach direkt neben dir gespawnt. Ich habe den sogar gesehen. Ja, ich auch. Das heißt, ja, sehr schön Box. Ein Gespenst. Wenn das EMR5 richtig ist, dann Gespenst. Muss nur 1 auf 5 sein, oder? Ja, ja. So, das heißt, ich gehe Salz holen und dann können wir das ganz schnell herausfinden. Weil ein Geist läuft, äh, ein Gespenst läuft nicht durch Salz. Hm. Aber der Knochen fehlt immer noch. Putze fix. Und... Wo ist denn das EMF-Gerät? Ja, es ist ein Gespenst. Okay. Ach, das liegt hier. Äh, der Knochen liegt da, ja. Ach, der Knochen. Der Knochen haben wir immer noch nicht. Dann holen wir den noch. Ja. Ah, ich hab' ihn. Der liegt ja doof. Der liegt ja echt doof hier. Hier im Jungenzimmer liegt der. Wenn den einer haben will. Der liegt echt doof, der liegt echt doof, der liegt echt doof, der liegt echt doof. Was brauchen wir denn für Aufgaben noch? Knochenzimmer und Sanity-Wert von 25. Ja, das ist nicht das Problem. Wir haben ein Gespenst. Wir haben ein Gespenst. Weil wir Geisterbox haben, Dots und EMF-5. Und da der nicht durch Salz läuft. Jetzt müssen wir nur noch Sanity runterkriegen. Und der muss anfangen, irgendwie zu handen. Wo ist denn das Kruzi? Wo? Die Hand? Die hab' ich da reingeschmissen. Falls... Nein, falls einer stirbt von euch. Oder ich. Ich muss mal grad Lichter anmachen, sorry. Schmeiß mal was durch die Gegend. Ich bin wieder da, hallo. Ich hab' mich gemnuted gehabt, ja. War noch gemnuted. Glaube ich. Hallo? Da klopft wer. Ist das schon wieder ein Manik, der am Klopfen ist? Manik will Klopfen ausprobieren. Das ist Manik. Toc, toc, toc. Schmeiß doch mal hier was durch die Gegend, Menschen, Kinder. Ich brauch noch ein paar Footies. Ach, Salz geht ja gar nicht. Also das Kruzi kann man noch fotografieren. Wo ist es denn? Achter. Ich hab' das da hingeworfen. Ne, ich hab's neu platziert. Hä, kannst du nicht die Kerze fotografieren, wenn er die auspustet? Ich glaub' ich glaub' nicht. Ich glaub' nicht. Ich glaub' schon. Probier das mal aus. Dann wissen wir das ja mal. Ja, er will ja nicht. Hat er gerade wieder ausgepustet. Ich hab' die nur wieder angezündet. Jetzt warte ich nochmal. Jetzt. Ich glaub' der hunted. Ich hab' gleich noch signativ. Komm schon, geh runter. Nein. Ich bin voll reingelaufen. Ich bin voll reingelaufen. Bist du nicht mehr da? Nein. Nein. Ich bin voll in den reingelaufen. Der ist hier in der Ecke gestartet. Ich wollte eigentlich um den Tisch mit dem rumlaufen. Wolltest du auch ring around the rose machen? Ja. Aber ihr könnt fahren, wenn ihr wollt. Oder? Oh, die Hand. Versteck dich da, wo der Schrank ist. Ah, ne. Oder legst du einfach weg. Ne, du konntest nix. Du konntest nix. Geh mal her. Ich will das ausprobieren. Wo bist du? In der Küche ist die. Die Hand? Bei mir. Bei mir liegt die jetzt, ja. Warum liegt die dann in der Küche? Weil er die jetzt grad dahin getan hat. Komm schon. Ja, okay. Die haben wir auf jeden Fall. Wo? Da. An meinem Fuß. Wo lieg's? Komm. Und dann fotografier das Kruzi bitte. Ich hab' keine Apparat da. Liegt bei mir. Irgendwo. Aufgaben haben wir alle geschafft übrigens. Ja, weil ich tot bin. Nee. Komm, dann benutzt, versuch die Hand zu benutzen und dann raus hier. Ich wünsche mir Leben. Versteck dich. Ich will leben. Versteck dich. Versteck dich. Okay. Ich wünsche mir Leben. Hast du nicht mal gesagt, das funktioniert? Du musst V drücken. Versteck dich. Versteck dich. Versteck dich. Ach, das bin ich da reingelaufen. Du solltest in den Schranken und dann die Hand benutzen. Ach, ist scheißegal. Ich war weg. Dann bist du jetzt mal derjenige, der jetzt Cash macht. Ja. Wir wollen, der fährt ohne uns. Ist auch gut so. Warum? Weil du nicht gehört hast. Ich hab' gesagt, in den Schrank. Versteck dich. Ja, aber du kannst doch in dem Schrank das Ding noch nicht einfach... Ich versteh' nicht, warum das Ding nicht auf mich reagiert. Dann hat man sich... Du musst V drücken. Und am besten irgendwo dich verstecken, damit der dich nicht sieht. Ach. Aber der ist auf einmal da gespawnt. Das hat mich sehr verwundert. Wegen dir? Natürlich. Du hast doch die Hand benutzt. Hab' ich doch gar nicht. Ich hab' nicht die Taste V gedrückt. Ergo hat das Ding eigentlich gar nicht reagiert. Nee, dann weiß ich auch nicht. You know? Wenn du sagst, ich muss V drücken. Ich hab' aber nie V gedrückt. Dann müsste der ja eigentlich nicht reagiert haben. Nee, aber wenn du an der Tür stehst, sollte man sich schon verstecken. Peter ist raus. Okay. Ja. Ich... war jetzt... ins Kino. Mach das! Ich wünsch' dir viel Spaß! Viel Spaß! Daniel! Noch einen schönen Abend! Tschülü! So! So! Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Machen wir jetzt noch eine Runde? Oder machen wir jetzt Präsentation? Mir ist das egal. Ich glaub' ich mach' das mit dem Präsentieren. Ich muss die Sachen einmal suchen. Wir können morgen gerne noch weitermachen. Ich glaub' das wär' keine dumme Idee, weil wir starten ja jetzt um 21 Uhr. Mhm. Das heißt wir haben noch ein bisschen Puffer zum Präsentationsmachen. Und ich würde sagen, wir hören uns, wir schreiben uns, wir lesen uns gleich. Ja. Und äh, hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ja. Vor allem mit dem Manic. Den alten Schlawiner. Knopfdrücker da. Der seine Finger nicht ruhig hält. Gott sei Dank. Okay. Okay. Tschüss. Tschülü! Der Mann. Der Mann. Dessen Finger niemals ruhig sind. So. Das heißt wir gehen da einmal raus. Ja. Noch nicht auf ASMR umstellen. So. Machen Sie einmal bitte Sound Alerts. Lieber Keckwinden. Die Sound Alert Knöpies drücken. Die Sound Alert Test Knöpies. Die Sound Alert Test Knöpies. Okay. Ich hab das Ding auch komplett rausgelöscht bei mir. So. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe bei dem Ding hier. Äh, wir haben noch Audio an. Jetzt. Jetzt. Jetzt hat das. Das haben wir. Dann geht es weiter mit ungelesener Nachricht. so weit umstellen. Dann muss ich aber Roismod wieder aktivieren. Und ich hoffe Tag 1 hat euch schon mal Spaß gemacht bis hier hin. Dann. 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 Das ist aber kein Feuergeräusch, was ihr gerade hört. Neh, wir fangen doch jetzt gleich mit ASMR an, mein hübscher. Neh, wir fangen doch mal an, mein hübscher. Vielen lieben Dank für die Stufe 1 verschenkte Abos an sieben verschiedene Leute. Jetzt darf der auch noch dreimal drehen. Kekwin, was hast du eigentlich mir überlegt? Wo soll das denn hinführen? Und ich guck mal in der Zeit, wo ihr das Rad dreht. Ne, ich muss das gucken. Ja, das müsste dann 5 sein. Ja, ihr habt es zweimal gespendet, dass wir auf 50 kommen. Also einmal auf 45 und 50 sind es zwei. Und dadurch, dass das 50 erreicht wurde, sind es dreimal dazu. Und dadurch, dass wir uns nicht mehr überlegt, sind es zweimal gespendet. Sollen wir das direkt abhandeln oder wollen wir erst die Sachen machen? Ok, hat sich ja erledigt die Frage. Ich bin nicht so freund von. Ist eigentlich gut durchgemischt. Von allem bisschen was dabei. Ich bin nicht so freundlich. 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 Ok, für Katzenwäsche hole ich mal eben kurz die Flasche aus dem Kühlschrank. Ich bin nicht so freundlich. 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 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Das ist schon anstrengend, ne, Wim Hof ist mit Atmen, da muss Atmen mit bei, Katzenwäsche 5 Euro, Sport ist noch Abstimmung, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, Abstimmung, okay. Ich suche mal eben kurz die Sachen zusammen für das, was ich euch da präsentieren wollte. Das müsste eigentlich hinter mir eben schon versteckt sein. Und ich muss gleich die Katzenwäsche nachholen. Warte, 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 warte. Was ist das denn? Wo ist denn der Ordner jetzt hin? Okay. das können die leute ja als idee reinschreiben so pass auf und zwar werden wir jetzt noch eine weitere sache zu den 2 3 2 4 6 und zwar ich weiß gar nicht mehr keki wie viele punkte haben wir gesagt haben wir fünf punkte gesagt aber ich erkläre euch mal eben kurz in groben zügen das system was wir haben und zwar habt ihr die möglichkeit mit euren sap heft punkten für jeden monat den wir so machen gemeinsam ein blatt zu füllen und ich zeige euch mal ein beispiel das kann sich jetzt noch im laufe der zeit noch ein bisschen anpassen und noch verbessern aber im endeffekt geht es darum hat sich hier ein paar sachen vorbereitet und zwar ich schlipp mal kurz und zwar können wir für jeden monat jetzt so was hier ausfüllen und zwar kommt dann quasi also das ist jetzt nur einfach ein beispiel dass wir hier da kommt monat rein und datum klar naja und dann könnt ihr euch jeder so ein monster zusammenbauen wie das funktioniert zeige ich euch gleich und unten bzw hinten drauf schreiben wir einfach wer da alles mitgemacht hat in dem jeweiligen monat und wie ihr da ein monster machen können und das machen wir indem wir stück für stück einmal kurz durchgehen was ihr gerne hättet und zwar haben wir hier verschiedene körpertypen das heißt du kannst hier zwischen 1 2 3 4 zwischen den neuen aktuell was aussuchen und wenn du diesen körper dann ausgesucht hast kommen wir jetzt zu einem richtig heftigen teil du kannst dir einen passenden mund aussuchen wird später noch ein bisschen digitalisiert kannst du dir einen mund aussuchen und wenn du dir den mund ausgesucht hast dann kannst du dir nur noch passende augen aussuchen also mit a1 oder b2 oder e4 und dann kommt der mit auf diese seite drauf und wenn du noch was haben möchtest ist jetzt halt alles ein bisschen in ordnung und wenn du möchtest gibt es noch hände für dich oben drauf also wenn du eins haben möchtest und habe ich noch was und noch so andere sachen wie Deko und so kannst du dann sagen hey du hättest gerne eine Blume irgendwo zwischen und was noch viel viel geiler ist ich habe Farben wenn ihr fragt wie ja wir haben jetzt alles in schwarz weiß was machen wir denn dann wir haben wir haben wir haben Farben im Haus wir haben Farbe im Haus das heißt wenn du sagst du möchtest den noch gerne ausgemalt haben dann kann ich dir das so zeigen und du sagst mir einfach welche Farbe du gerne hättest und wir malen den an mit Schatten und das hat Keki was haben wir da gesagt 5 Punkte 5 Punkte für ein so ein für ein Monster auf der jeweiligen Monatsseite ja und das können wir dann sammeln nein nein nicht im Taucheroutfit ich habe schon in diesem anderen Ding 1 1 Figur und 5 Punkte was achso eine Figur 5 Punkte genau das heißt wenn ihr Punkte habt in euer Subheft beziehungsweise in eurem Konto drin das wäre jetzt halt was für Prinz ich weiß nicht ob der natürlich da ist aber das werde ich dann nachher nochmal zeigen dann könnt ihr euch hier eine Farbe aussuchen und ihr könnt ein Monster basteln und ich habe passende Farbe beziehungsweise ich habe auch passendes Papier womit ich auch vernünftig arbeiten kann und damit wir passende Linien malen können habe ich auch noch passende Linienstifte also in unterschiedlichen Dicken und das bedeutet jetzt kann ich auch mal die das Papier hier rausholen dann können wir ja schon mal den Monat ich würde sagen wir schreiben wo wollen wir denn hinschreiben oben drauf oder unten drunter was meint ihr ich guck mal gerade hier unten was nach irgendwo hat sich hier noch ein Stift versteckt ein Stift äh und ich schaue mal ganz kurz nach dem richtigen Papier das muss hier irgendwo drin versteckt sein das ist nämlich ein ganz spezielles Papier das ist nicht das Richtige das ist das braune Papier das ist das braune Papier oah ja aber wie findet ihr erstmal die Idee findet ihr die gut findet ihr die schlecht habt ihr Verbesserungsvorschläge dann könnt ihr mich mir das gerne schreiben beziehungsweise der Regie das zustecken jetzt muss ich gerade echt gut gucken ähm da 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 das passiert immer zu viele Schränke das heißt das ist das falsche da ist es nicht mit rein Vielen Dank. Vielen Dank. Dieser Moment, wenn man immer alles beiseite legt. Also wenn, hätte ich eher gesagt Karaoke. Taucheroutfit mache ich nicht, aufgrund dessen, weil ich schon schwitze in die Sau. Und das letzte Mal war ja eher eine Quälerei als wirklich Spaß. Ich frage mich gerade echt, wo das Papier hin ist. Aber wir können trotzdem noch ein normales Papier nehmen, das ist nicht schlimm. Ich muss nur mal das passende Lieder finden. Hier habe ich das hingepackt. Das ist interessant. Ja, machen wir ab 60. So. Dann fange ich einfach mal an. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Horizontal. Wir haben den Monat September. Das heißt, wir schreiben da mal kurz September drauf. Seppi Temba. Jetzt ist die Frage, wollt ihr das lieber oben drauf oder unten drunter haben? Oben drauf wäre eigentlich auch ganz cool. Ist ja noch so ein bisschen optional. Ähm. Ich zeig euch mal eins. Oder gibt es einen Freiwilligen, der das erste gratis Monster haben möchte? Gibt es einen Freiwilligen? Geck, wenn hast du da Lust drauf? Die sind, das erste Ding ist kostenlos. Meine ich doch. So. So. Scheinbar nicht. Also. So. So. Okay. So. 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 ok ich drehe das noch mal kurz horizontal sekunden bei wegen optik so da steht jetzt september wir machen das erste mal das mal von nach oben und wir gucken was vielleicht schöner aussieht wir können uns natürlich verbessern so ist ja nicht guck mal dann bist du jetzt dran okay du darfst welchen körper dass du gerne unten stehen keine nummern dran das ist 6789 auf welche position möchtest du das gerne haben also wo hier unten wenn das jetzt und eine gerade linie ist wo möchtest du das gerne haben links rechts mitte zentri okay du möchtest die öhrchen ich lass noch ein bisschen platz nach unten weil zumal noch finger haben möchtest und wir fangen an die nummer vier muss ich einmal gucken welche augen darf ich dir an welchen mund darf ich dir anbieten ist kein mund ups verzeihung ok und 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 Vielen Dank. Welche Augen darf ich dir anbieten? Vielen Dank. 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 Welches meinst du? Meinst du das hier oben? Oder meinst du das hier? Das hier? Das hier? Das ist... Möchtest du... Das hier? Und hier... Das hier... Wir haben... etwas Neues... für euch für das... für euch für das... für euch... für die Punkte... für die Punkte... und... Das hier... Das hier... Das hier... So... 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 das... 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 das ist... Stück... Stück... das... Wie findet ihr die Idee? So, das kommt hier. Ich habe sogar noch Brownies hier geschließen. Warte mal. Horizontal. Das passt. So. So, bitte mal das nicht vergessen, verlieren. So. So, und wenn du auch Lust hast, so ein Monster zu haben, dann kannst du... Okay, ich will mal fragen, wie viele Pünktchen du noch in deinem Sub-Health-Konto hast. Und dann können wir da ein bisschen basteln. So, ich muss mal kurz noch ein bisschen was freiräumen. Und dann geht das gleich sofort los mit ASMR. Okay, ich muss kurz ein bisschen hier auf den Tisch aufräumen. Dann mache ich mal das hier. Nee, das sieht doof aus. Oder? Ja, das ist der Vorbereitung für ASMR. So, ja. Ja. Amen. 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 Na ja. Beides. So. Wie machen wir das denn? Mit Platz 1 und so. Habt ihr eine Idee? Kegi, hast du die Texte schon fertig gemacht jetzt? Weil ihr habt ja jetzt was Neues freigeschaltet. Das weiß aber nicht jeder. Nee, das 1 zählt nicht. Es gibt Leute, die haben Deezing. Das ist ein bisschen brech. Okay, die ersten 3 Leute dürfen sich was wünschen. Irgendwas. An den Träger natürlich. Was wünscht ihr euch denn? Lass mich mal gucken. Soweit ganz gut. Ich glaube nur, dass der Limettensaft ein bisschen auf den Wagen schlägt. Beziehungsweise auf den Darm, was aber nicht schlimm ist. Also mir geht es nicht schlecht. Der Körper, der muss das nur verarbeiten. Also keine Sorgen machen. Deswegen hat es heute gerade ein bisschen länger gedauert. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Und ich glaube, ich habe gestern zu viel Koffein genommen. Vorm Schlaf noch. Obwohl ich die ganze Nacht nicht schlafen kann, tatsächlich. Immer noch. Ach, Sport muss ich ja auch noch machen. Ich habe es nicht vergessen. Was war denn jetzt dran gewesen? Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ja, Sport gab es auch schon. Ich habe es nicht vergessen. Deswegen sprühen jetzt. Ich habe es nicht vergessen. 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 Das war's. Also immer voll. Also hast du immer was zu knabbern bei dir. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Prinzi, danke. Prinzi, danke. Hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bestimmt mehr als eins Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was möchtet ihr denn über? Ich kriege gerade ein bisschen Halsschmerz. Was soll ich denn erzählen? Okay. 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 . . . Okay. Das war's für heute. 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 Das kannst du essen. Das war's für heute. 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 Hier. das war's für heute. 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 So schwer ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Nee, der war... Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Und... Ich... Ich... Tut mir leid. Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 Mein... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... ... Ich... 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 ... ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 ... Ich... 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 Ich...